Gestern ist das Cheap Beast, der günstige Viera, rausgekommen. Con Dock Beer, ich habe die SPC gemacht, gespielt und das ist meine Meinung. Seien wir mal ehrlich, 100k für diese Karte, sie ist sogar noch upgradable, eigentlich muss man sie machen. Und das meiner Meinung nach absolut zu Recht. 4-Sterne Skills, 4-Sterne Weakfoot, Power-Shot-Playstyle, na gut, Antizipate eher wieder richtig stark, plus ganz viele kleine Verteidigungs-Playstyles. Und eins muss man sagen, der Mann ist wirklich richtig groß und erinnert mich definitiv an Viera. Und man muss es wirklich so sagen, es ist wirklich eine Cheap-Person von ihm. Denn diese Karte bringt alles mit, was ein reiner Sechser machen soll. Natürlich wird er an Viera, Juarmeni und Co. nicht rankommen, aber das, was er macht für den Preis, ist sensationell. Gerade wenn es um Füße ist, um Defensive geht und vor allen Dingen um das Tempo, denn er ist ja mostly lengthy, ist das schon richtig stark. Des Weiteren haben wir mit 90 kurzer Pass ein gutes Aufbauspiel und selbst die Agility und Balance mit 81 fällt durch Mosty lengthy überhaupt nicht auf. Für mich war es wirklich der Abräume schlechthin in meinem Team, eine andere Aufgabe hat er ja nicht. Außer vielleicht bei dem Ballschnappen nach vorne gehen, den entscheidenden Pass bringt und dann vielleicht auch noch die Vorlage zu machen. 100k, nehmt ihr SPC definitiv mit.